Ein Mann mit Blumentopf? Umweltschutz zahlt sich doppelt aus. Warum? Weil Sie mit nachhaltigen Fonds Gewinne erwirtschaften können und gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Die Blätter sind Geldscheine, ein rot-weißes Logo. Wiener städtische Vienna Insurance Group, Eco Select Invest. Eco Select Invest ist eine fondsgebundene Lebensversicherung, bei der ausschließlich in nachhaltige Fonds mit österreichischem Umweltzeichen investiert werden kann. Die einbezahlten Prämien werden über einen längeren Zeitraum in nachhaltige Fonds investiert. Somit eignet sich das Produkt perfekt für den langfristigen Vermögensaufbau beziehungsweise zur Altersvorsorge. Die ausgewählten Fonds müssen dem ESG-Standard entsprechen. ESG steht für Environment, Social und Governance. Darunter fallen beispielsweise Maßnahmen zur Schonung natürlicher Ressourcen, zur Wahrung der Menschenrechte und zur Förderung eines fairen Wettbewerbs. Faktoren wie fossile Energieträger oder Korruption sind hingegen Ausschlussgründe. Kurz, Sie können mit gutem Gewissen investieren. Der Mann trägt eine Brille und einen roten Pulli. Wir wissen jetzt, was Eco Select Invest ist. Aber was sind die konkreten Vorteile? Eco Select Invest wurde als erste fondsgebundene Lebensversicherung mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Das bedeutet, dass bei unserer Vorsorge ausschließlich Fonds zur Verfügung stehen, die dieses Gütesiegel tragen. Damit sind Nachhaltigkeit und Qualität garantiert. Weiters garantieren wir die Auszahlung nach der Rententafel, die bei Vertragsabschluss gilt. In Zeiten steigender Lebenserwartung ist das ein unschätzbarer Vorteil. Sie haben zweimal im Monat die Möglichkeit, Ihre Fondauswahl kostenlos zu ändern. Damit können Sie auf aktuelle Entwicklungen am Finanzmarkt schnell reagieren. Ein weiterer Vorteil? Durch das namentliche Bezugsrecht können Sie unabhängig vom Erbrecht festlegen, wer im Falle Ihres Ablebens als Begünstigter eingesetzt wird. Die Person bekommt dann das jeweilige Deckungskapital plus 5 Prozent. In Summe also 105 Prozent des Vertragswertstandes. Ein zusätzliches Highlight? Sie können individuell aus einer breiten Palette an Fonds wählen oder auf unsere Fondsbündel mit verschiedenen Themenschwerpunkten zugreifen, die sich ideal als Startallokation eignen. Zu guter Letzt noch ein Hinweis auf die Vielfalt an Optionen, die unser Produkt bietet. Sie können über die Höhe der Einzahlung bestimmen, die Prämienzahldauer festlegen und über die Art der Auszahlung entscheiden. Außerdem sind Prämienpausen möglich, falls es finanziell einmal eng werden sollte. Er gießt die Topfpflanze. Sie ist nun viel größer. Lächelnd stupst er einen der 100-Euro-Scheine an. Schön, wenn man gleichzeitig etwas für die Umwelt und die eigene Vorsorge tun kann. Noch mehr Wissenswertes erfahren Sie beim persönlichen Gespräch mit unseren Beraterinnen und Beratern oder auf dem Basis-Informationsblatt, das bei Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater schriftlich und elektronisch erhältlich ist. Die aktuellste Fassung kann auch auf unserer Website abgerufen werden. Er zupft an einem der Geldscheine und lacht fasziniert. Das Logo der Wiener Städtischen und eine Einblendung. www.wienerstädtische.at Jetzt in wenigen Minuten Ihren nachhaltigen Fondsmix zusammenstellen.